Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde bzw. guten Mittag, bis das Video online ist. Auf jeden Fall guten Mittag in die Runde. Ich hoffe euch allen geht's gut. Momentan traden wir bei ungefähr 20.500 US-Dollar. Wir haben wenig, wenig Handelsvolumen momentan im Markt. Wir haben eine sehr, sehr leichte Aufwärtsbewegung bzw. einen kleinen Abtrennen trotzdem mit einigen Schwächen. Warum, wieso, weshalb, darüber sprechen wir im heutigen Video. Wie es weitergehen kann, welche Zonen jetzt entscheidend sind. Ansonsten, bevor wir starten, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, drückt auf die Glocke. Und umso besser noch, wenn ihr einen Kommentar unten reinschreibt, welche Altcoins ihr euch noch für diese Woche wünscht. Gerne eure Wünsche unten reinschreiben, dann schauen wir uns im Laufe der Woche weiterhin eure Altcoin-Wünsche an. Gut, dann würde ich sagen, wir starten direkt durch. Wir sind momentan auf dem 4-Stunden-Chart unterwegs. Wir sehen, wir hatten heute Nacht nochmal einen kleinen Pump in unser Golden Pocket hinein. Wurden dann wieder abverkauft. Wir sind jetzt zwischen dem 0,5er und dem 0,618er Fibonacci Retracement Level, wo wir momentan ein bisschen konsolidieren. Jetzt gehen wir aber gleich mal in den 1-Stunden-Chart hinein und gucken uns einfach mal diesen kleinen Abtrend an, wie die Bewegung momentan aussieht. Was wir hier ein bisschen sehen könnten, wäre vielleicht so ein kleines Rising Ratch, wo wir jetzt unseren Retest hatten. Also für das Breakout nach unten hin. Gefällt mir aber ehrlich gesagt nicht so. Wir haben absolut kein Volumen dafür, dass es jetzt ein Breakdown nach unten hingeht. Was ich weiterhin erwarte, ist eher nochmal so dieser letzte Peak, der uns wirklich hier nochmal in die Region mindestens bis 20.800, wenn nicht sogar 21.000 US-Dollar bringt. Einfach um die Short-Positionen, die hier oben sind, zu liquidieren. Wir hatten hier drüben schon diesen einen WIG in die Region von 20.700 US-Dollar, hier den WIG auf 20.800 plus unser letztes, sag ich mal, hoch bei ungefähr 21.100 US-Dollar. Deswegen wäre es wirklich wünschenswert, ein kleiner Peak nochmal wirklich in diese Supply-Zone hier oben reinzukriegen. Minimal höher, vielleicht 21.200, wäre dann wirklich so Best-Case-Szenario für einen Short, um dann wirklich die Gegenbewegung nach unten hin zu machen. Also ich sehe weiterhin eher Kurse von 19.000 US-Dollar aufgrund des wenigen Handelsvolumens. Wir haben einen ziemlich hohen RSI auf den kleineren Timeframes und aber auch auf den größeren Timeframes wie den 4-Stunden- oder 6-Stunden-Chart. Plus das Volumen spricht nicht für einen Abtrend. Wir wollen, wenn wir einen Abtrend bilden oder beziehungsweise momentan noch haben, möchten wir steigendes Kaufvolumen sehen. Das heißt, das Interesse ist weiterhin da, die Kurse nach oben hin zu pushen und eben nicht. Wir steigen weiter mit viel, viel weniger Volumen. Heißt natürlich auch, okay, die Bewegung ist schwach. Wir haben keinen wirklichen Trend dann mehr, der intakt ist. Das Volumen ist schwach. Heißt dann wiederum, okay, die Chance ist deutlich, deutlich größer, dass wir nach unten hin gehen, einfach weil der Trend sich abschwächt. Ist ja ganz normal. So, trotzdem müssen wir auf jeden Fall diese Wicks im Auge behalten. Wie gesagt, den einen haben wir nicht mal von gestern abgeholt. Wir sind kurz mittendrin im Golden Pocket gestoppt worden. Heißt, einmal haben wir hier bei ungefähr 20.700 die ersten kleinen Short-Positionen, die in den Markt sind. Und hier unten dann schon gefischt wurden, beziehungsweise ihre Profite genommen haben. Plus wir haben den größeren Short da von da drüben immer noch, der nicht abgeholt wurde bei 20.800 US-Dollar. Deswegen weiterhin 21.000 US-Dollar ist so die magische Grenze, wo ich sage, okay, mögliche Short-Opportunity mit einem Stop-Loss irgendwo in die Region. 21.800, 21.900 US-Dollar, dass wir dann die Gegenbewegung in Richtung 19.000 US-Dollar sehen. Wir haben hier noch eine kleine Ineffizienz, die noch nicht gelöst wurde. Wir haben auch noch eine kleine Demandzone hier unten, die auch noch nicht, sage ich mal, gefüllt wurde. Deswegen spricht viel, viel mehr für einen kleinen Push in die Region um 21.000 US-Dollar, bis wir dann runtergehen nochmal in den Bereich um 19.000 US-Dollar. Hier vielleicht nochmal eine kleine Konsolidierungsphase kriegen, bevor wir dann nach oben hin pushen. Gestern war noch eine Fett-Sitzung oder Fett-Rede, keine Ahnung, es ist nichts wirklich Neues dabei. Im Endeffekt 0,75 Basispunkte erwarten die meisten für Juli, ist aber schon in die Märkte eingepriesen. Also da bitte keine Panik mehr verspüren, was aber auch gesagt wurde oder das schon länger, dass nächstes Jahr die Zinsen wieder sinken sollten. Ja, also im Endeffekt, wir steigen jetzt höher mit den Zinsen, um dann wieder zu dampen. Aber gut, nur mal so ein kleiner Lichtblick, den wir auch zukünftig haben werden. So, schauen wir uns Ethereum an. Hier haben wir auch schon gestern drüber gesprochen, dass die Möglichkeit besteht. Wir sind nicht ganz ans 0,786er gekommen und auch nicht an diese Supply-Zone. Wurden vorher kurz schon abgewickt. Heißt aber nicht, dass wir nicht mehr in diese Zonen kommen. Also im Endeffekt bis jetzt ist eigentlich ganz gut eingetreten, was wir da schon gestern oder vorgestern drüber gesprochen haben. Die Reaktion übers Golden Pocket oder eher wahrscheinlich sogar ins 0,786er aufgrund dieses Voids plus dieser Supply-Zone hier oben, ist wahrscheinlich. Also jetzt verschiebe ich das mal einen ganz kurzen Moment. Auch hier seht ihr auf dem 1-Stunden-Chart einen ordentlichen WIG, der dann sofort nach unten hin abverkauft wurde. Mit ordentlich Volumen, was auch noch dafür spricht. Heißt für mich auch hier weiterhin eher die Short-Möglichkeit, dass wir uns diesen WIG hier oben noch holen. Minimal drüber vielleicht. Vielleicht auch schon direkt beim WIG eine kleine Short-Position aufbauen. Um dann wirklich einen Stop-Loss über diese Supply-Zone, über dem WIG bei ungefähr 1.244 bis 50 US-Dollar wirklich den Stop-Loss zu legen, bevor wir dann unsere Bewegung nach unten hinkriegen. Wir können mal ganz kurz ein bisschen rumspielen an dem Risk-Management. Sag ich mal, wir gehen jetzt direkt beim WIG rein und legen dann unseren Stop-Loss so auf 1.250 US-Dollar. Da wären wir bei 4% Risk-Management absolut, absolut in Ordnung, wenn man hier eine Short-Position eingehen möchte. Jetzt kontrollieren wir das nochmal mit dem 4-Stunden-Chart. Auch hier sehen wir langsam, der 200er SMA kommt dieser Zone immer näher. Also in den nächsten, vielleicht im Laufe des heutigen Tages oder spätestens morgen, sollten wir in dieser Region ankommen. Was dann zusätzlich auch nochmal für die Short-Opportunity sprechen würde. Trotzdem jetzt erstmal das im Auge behalten, dass wir auf jeden Fall nochmal das 0786er sehen könnten. Plus diese 4-Stunden-Supply-Zone, also die im Auge behalten, um dann mit einer möglichen Gegenbewegung auch hier in den Bereich von 1.050 US-Dollar zu kommen. Würde bei Bitcoin auch die 19.000 US-Dollar heißen. Also ich bin, wie gesagt, es soll letztlich bearish klingen, aber das ist momentan im Endeffekt einerseits ein bullisches Szenario, dass wir runtergehen und von da aus nochmal einen neuen Schwung nach oben kriegen mit einem higher low. Oder ist es wirklich die Opportunity, dass wir hier wirklich nochmal diese Tiefs abholen bei Ethereum zwischen 800 und 890 US-Dollar. Das sind die zwei Möglichkeiten, trotzdem kurzfristig kleines, in Anführungszeichen, Pümpchen in den Märkten nochmal, was möglich ist, bevor wir dann wirklich die nächste Möglichkeit für einen Short-Entry kriegen und dann die Bewegung nach unten hin mitnehmen können. Ist es momentan wirklich das Wahrscheinlichste und dann müssen wir gucken, halten unsere Support-Zone, die wir jetzt gerade gesprochen haben, Bitcoin 19k, Ethereum ungefähr die 1.050 US-Dollar, halten die. Falls die nicht halten und brechen, dann werden wir uns wahrscheinlich bei beiden Kursen unsere WIX abholen, die wir drüber gesprochen haben. Bei Bitcoin sind es die 17.5, bei Ethereum sind es die 880 US-Dollar circa. Die werden wir uns dann wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich noch abholen. Gut, dann ein Blick zu den Altcoins Cardano. Wenig, wenig Bewegung momentan. Also auch hier die Konsolidierungsphase beginnt oder läuft einfach weiterhin. Aber auch hier, unser bearishes Preisziel liegt weiterhin bei diesen 0 Dollar 37 US-Dollar. Das ist auch das Ziel, was ich weiterhin im Auge behalte. Nach oben hin gibt es wenig zu sagen. Wenig Volumen, wenig Bewegung. Also hier brauchen wir uns nicht länger drauf aufhalten. Was mir gestern noch auffallen ist, VeChain, ihr wisst, ich bin nicht so ein, ich mag dieses Zeichnen nicht unbedingt, aber VeChain, finde ich, hat meines Erachtens ordentlich Potenzial. Es bewegt sich aber auch relativ wenig hier momentan im Markt. Muss man schon dazu sagen, das Volumen hat deutlich, deutlich abgenommen. Trotzdem besteht hier, dass wir uns zumindest mal kurzfristig hier diese Position hier oben zumindest mal abholen. Ich versuche es mal noch ein bisschen größer zu machen, damit ihr das seht. Dann, dass wir zumindest einen Pump in Richtung 0,03 US-Dollar-Cent kriegen aufgrund dieses Voids hier, aufgrund dieses doppelten Bodens. Wir können mal ganz kurz das Preisziel angucken. Ich gehe jetzt das ein bisschen pessimistischer an und nur wirklich bis zum rechten Bein. Dann würden wir ungefähr, also deutlich drüber landen. Wir würden dann sogar uns das Void hier oben noch holen. Plus die Supply-Zone. Also es kommt hier eine Menge Confluence zusammen. Behalte das auf jeden Fall mal im Auge. Ich habe auf jeden Fall eine kleine Long-Position aufgemacht. Wirklich nur klein, weil das Risiko einfach da ist, dass wir bei Bitcoin jetzt wirklich den nächsten Abverkauf sehen. Also nur noch einen kleinen Push. Die Frage ist, wie lange zieht sich das noch hin? Gehen wir jetzt einfach mit einer kurzen, schlagartigen Bewegung Richtung 21k oder ziehen wir uns jetzt das ganze Wochenende, also ab morgen dann wirklich noch ein bisschen in die Länge? Dann besteht bei VeChem meines Erachtens wirklich die Möglichkeit, dass wir uns zumindest in diesem Bereich von knapp 0,3 US-Dollar-Cent bewegen könnten. Also dieser Bereich hier oben wird wirklich entscheidend. Und ihr seht auch hier drüben hatten wir immer viel Widerstand beziehungsweise dann auch wiederum Support. Deswegen diese Zone wirklich, wirklich entscheidend. Behalten wir es auf jeden Fall mal im Auge. Schauen wir, was draus wird. Gut, ansonsten wäre das wirklich ein bullisches Chart-Ziel oder preistechnisch ein bullisches Chart-Ziel. Würde auch mit dem Manfli eher eins übereinstimmen. Aber gut, nicht zu bullisch werden ist einfach nur, was ich mir jetzt die letzten Tage gedacht habe oder wirklich im Chart interessant ist. So, so viel dazu. Vielleicht noch kurz Matic angucken. Auch hier wenig Bewegung. Wir sind ins Golden Pocket gekommen. Darüber haben wir ja mal gesprochen. Ansonsten wenig Bewegung. 4 Stunden, 200 SMA. Bestätigen wir momentan als Support. Was mir hier nicht gefällt, ihr wisst, RSI sollte bei solchen Bestätigungen nicht wirklich hoch sein. Wir sind hier schon wieder bei 60. Ist für mich, ehrlich gesagt, keine wirkliche Long Opportunity. Aber ich kann mir, so wie jetzt momentan der Verlauf bei Matic ist, so kann ich mir bei VeChain den gleichen Verlauf vorstellen, dass wir dann auch hier so einen Pump kriegen, so wie im Endeffekt wir das hier bei Matic hatten. So, dann News. Schauen wir uns auch noch an. Beziehungsweise noch heute Abend, 19 Uhr. Ich habe es noch gar nicht, glaube ich, am Anfang des Videos gesagt. Heute Abend, 19 Uhr. Auf jeden Fall Livestream auf YouTube. Dieses Mal aber wirklich. Heute Abend ziehen wir durch. Wenn ihr da auch irgendwelche Wünsche habt, gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten heute 19 Uhr Livestream. Und Voyager-Kontoinhaber werden aller Voraussicht nach nicht ihre Kryptowährungen zurückbekommen. Ich kann auch nur davor warnen, geht nicht zu irgendwelchen dezentralen Landingpages oder so. Lasst es momentan. Vertraut da vielleicht doch eher den größten Börsen wie Binance oder so. Also gibt es zwar weniger Prozente, wenn ihr da irgendwas Staking oder sonstiges macht. Aber ganz ehrlich, Gier frisst hören, um es mal so ehrlich zu sagen. Und ganz ehrlich, lasst es einfach. Passt da ein bisschen auf. Verzockt euer Geld nicht. Ansonsten kann ich nur sagen, wir sehen uns heute Abend zum Livestream um 19 Uhr. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Link werde ich euch später auf jeden Fall noch in die Telegram-Gruppe posten. Wer noch nicht drin ist, Link unten in der Videobeschreibung. Wir hören uns später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Stay Crypto.